Ich kann aber auch schnell reiten. Unglaublich. Während wir kommen zu Kevin Stode und Ayat de Seton. So, Spitze. Jetzt geht es für den in die zweite. Wow. Super. Ähnlich wie vorhin Malomo Dolo Zanotelli mit dem Uub. Der kam ein bisschen weiter weg. Unterschied, der ist noch 0. 21, 22, 23. Quatsch, der ist sogar fast noch schneller. Was heißt fast? Der ist noch schneller. 25, 7, 0 hatte nämlich Malomo Dolo Zanotelli. Kevin Stode ist schneller und ganz entscheidend auch noch 0 dabei. Und mit dieser super Runde sorgte nicht nur dafür, dass es wieder deutlich wird. Zürich ist was ganz Besonderes.